Heute nehme ich euch mit zur Rückfahrt von München über Augsburg, Ulm, Stuttgart und anschließend geht es dann weiter nach Kirchheim. Und da kommt ihr alle mit. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit diesem Film. Zu Beginn zeige ich euch ein bisschen den Münchner ZOB und dann treten wir die Rückfahrt an. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020